Der Zirkel Wir haben die große Kanone erobert Mit der stationären Kanone können wir Ziele zu Wasser und zu Land angreifen Unser Planwagen ist gekommen Yes Heil Forster Commandement Yes Versuch Hebe 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 Commandement Forster Yes Avance Hebe 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 Yes Yes Commandement Hebe 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 Mit der stationären Kanone können wir die gegnerischen Gebäude in der Nähe zerstören In Keep Junge Ho ıyorum Ich Ich Ja Geld Ja Ja Jawher Ja 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 Eli Aufwärts! Aufwärts! Ja? 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 1 Was ist das? Geht rein! Ewan! Come on to my man! Come on to my man! Die Knochengarne versucht die stationäre Kanone zurück zu erobern! Halte sie auf! Ein weiteres Feuerschiff ist eingetroffen! Avanze! Ready! Wir schaffen! Der Jungbrunnen bricht zusammen! Wir haben es geschafft! Jetzt, da Alan Magnan tot und der Brunnen zerstört war, blieb dem Zirkel von Ossos nichts mehr in der Neuen Welt. Sahin wusste, dass die Europäer dabei waren, Imperien in der Neuen Welt aufzubauen. Er erkannte, dass die Osmanen genau wie die Ritter des Heiligen Johannes Relikte der Vergangenheit waren. Lissi hatte ihr spanisches Gold eingebüßt und es sollte einige Jahre dauern, bis sie morgen vergab. Ich bin nicht sicher, ob sie wirklich meine Ururgroßmutter war. Aber man sagt, ich hätte das Temperament einer Piratin. Besaß das Wasser des Brunnens wirklich besondere Kräfte? Sicher ist, dass der Zirkel zurückkehren würde, um es herauszufinden.